Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Enderrill. Heute auf dem Weg zur nächsten Ruine. Wir nehmen natürlich zuerst die obere, soweit ich mich erinnern kann. Wollten wir nicht eigentlich schon schnell reisen? Sind wir da nicht eigentlich schon schnell gereist? Egal. Im hinteren Herzland, da müssen wir hinreisen. Jetzt schwören kann ich, ich bin schon gereist. Wo bin ich jetzt? Offensichtlich nicht da, wo ich sein wollte. Da sind wir auf jeden Fall hingereist. Ach, ich bin da, okay. Gut, das erklärt einiges. Wenn wir schon da sind, sind wir schon da. Ich nehme auch meine Waffen runter. Nicht, dass die mich hier verprügeln, nur weil ich meine Hände draußen habe. Meine Hände, muss man sagen, sind tödliche Waffen. Fragt die Jungs, die ich immer verprügeln mittags. Ja, aber wenn sie tot sind, dann, na gut, dann könnt ihr sie nicht mehr fragen. Das erklärt auch, warum ich sie jeden Mittag verprügel, weil sie tot sind und sich nicht wehren können. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Über Muraden? Was soll ich da groß erzählen? Ne, soll ich das über Muraden erzählen? Sonst, ich will nie. Verstehe. Und mit Ihnen sage ich Ihnen das Ziel eurer Reise. Ja, ich weiß. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ins hintere Herzland, please. Wir haben da Things to doing. Falls das richtiges Englisch ist. Ist es natürlich. Weil ich... Ei, verdammt. Äh, nichts, alles gut. Ich spiele nebenbei ein Spiel auf dem Handy und da ist gerade... Ah, da ist er! Da ist gerade ein Adler vorbeigeflogen, den ich einsammeln wollte. Ja, ich spiele dieses PewDiePie-Spiel. Nebenbei. Und wenn der Adler vorbeifliegt, dann schnappe ich ihn mir. Und irgendwie hat es mich gerade mitgerissen. So, ähm... Wir möchten womöglich in eine der beiden Richtungen scannen. Und gucken mal in welche. Äh, die ist es schon mal nicht. Wir gehen in diese Richtung. Das klingt gut. Und alles, was wir auf dem Weg finden, das machen wir mal rein, du. Aber wenn es mitten in der Nacht ist, sollten wir nicht irgendwie schlafen? Ich glaube, wir hatten letztens eine Info mit... Geh mal schlafen, du Sack. Nein. Ich bin doch gerade da angekommen. Blühwölbchen. Verdammt. Das Blühwölbchen war im Weg. Oh, shit. So, helft mir. Ich habe da gerade eine Kiste gesehen. Vorsicht, da ist etwas. So ist gut. Ich jetzt? Das... Das war ein bisschen armselig. Ich wusste gar nicht, dass hier auch Thronen sind. Nice. Könnte ich direkt mal ein paar Sachen einlagern, wa? Ähm... Ich glaube, das ist meine Sicheratur. Holzverlags brauche ich nicht. Der Runenbogen kann auch weg... Äh... Den Dolch. Den wollten wir behalten, ne? Glaubt zumindest. So. Ähm... Der Bogen ist aufgebraucht. Deswegen werden wir den nehmen. Hier haben wir auch einiges an Sachen wegzugeben. Und da tun wir auch nochmal schnell. Zack, zack. Hier haben wir zwei. Hier haben wir zwei. Und das kommt auch weg. So, der Rest ist... Ja, der Rest liegt nicht weg. Nein, ich habe den Adler verpasst. Verdammt. Ich muss meine Augen auf beide Bildschirme richten. Nein, Zero. Du bist jetzt mitten im Let's Play. Ich hoffe zu zocken. So. Schauen wir mal. Ähm... Wir haben hier eine Mine... Oh, ein Hütchen. Liebe Hütten. Ich frage mich nicht, warum. Ach. Oh Gott. Verdammt. Bonus, Sekunde. Mein Handy muss weg, weil sonst komme ich ja nicht an meine Tastatur ran. Mit der ich abspeichern kann. Wenn ich die abspeichern kann, dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Warte, noch nicht herkommen. Noch nicht herkommen. Please. Okay. Ich glaube... Ich glaube, er weiß nicht, dass wir hier sind. Er weiß es natürlich. Er sieht mich. Irgendwie. Zack. Ins Gesicht, mein Freund. Na, der Niese. Ich denke, die Mine ist näher dran, ne? Aber auch gehen wir zur Mine. Aber die Hütte. Ich gehe noch zur Hütte eines Tages. Eines wunderschönen Tages bin ich bei dieser Hütte. Und dann werden wir herausfinden, was da drin ist. Ist das tief? Wie kommen wir wieder hoch? Ich sehe dich stehen. Ich sehe dich stehen. Und sterben. Ja, oder? Es glitscht einfach. Willst du mich verarschen spielen, oder was? Kebum. Ich hoffe, du warst böse. Du siehst auf jeden Fall sehr böse aus. Jep. Das war sehr böse. So, ich sehe da niemanden rumlaufen. Da ist aber irgendwo einer. Nun denn! So schreiten wir voran. Super, klasse. Kann ich fragen, ist die kaligorisch. Oh. Warum hat man das einem damals in der Schule beigebracht? Es wird mich nie wieder verlassen, dieses scheiß Wort. Wo bist du? Tolla! Unsichtbare Mauer. Cool. Stehe ich drauf. So, daneben. Oh. Ich hab ihn gefunden. Nice. Gib mir raus, da war er. Wo ist gleich hier? Was ist von dir übrig geblieben? Dein Schild ist von dir übrig geblieben. Ja, cool. So. Schlafen wir ein paar Stündchen. Dann geht's uns wenigstens gut. Ich glaub, das waren zu viele Stunden. Shit. Fünf waren das maximal, ne? Geht's mir gut? Nö, alles gut. Ich glaub, ich kann einfach nur nicht mehr ausgeruht sein als fünf Stunden. Ich dachte, das hat irgendwelche negativen Eigenschaften, aber anscheinend nicht. So, wie kommen wir hinein? Ich vermute mal, wir gehen in diesen Weg hin. Oh, da ist Gras. Dort kann ich nicht hindurch, Serum. Du solltest drüberspringen. Aha. Schatten. Nee. Schattenmechumine? Ach, egal. Ihr habt's wahrscheinlich besser gelesen als ich. Ich hab's nur flüchtig gesehen. Nun denn. Moment mal. Nix, Moment mal. Ja. Zum Glück ist der doof. Okay, ich speichern mal an dieser Stelle. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. So, was haben wir jetzt hier? Oh ja. Cool. Reichenbogen. Gott, ist das armselig. Oh, nimm wir dann Pfeile mit und... Uh, Kohl. Kohl ist immer gut. Kohle wär geiler. Kann ich hier jemanden sehen? Tatsächlich. Ein Wachhöhlenroll. Fett Headshot gegeben, Alter. Das heißt, verdient mein Freund. Das ist richtig verdient. Ins Gesicht, Alter. Ins Gesicht. Das ist eine Falle. Äh, das ist ein anderer Ausgang. Loll. Okay, ich vermute fast, dass dieser Ausgang hier auf jeden Fall ein bisschen sinnvoller wäre, als der da, oder Eingang. Wie ich es eben sehen wollte. Dann hätten die mich auch nicht sofort gesehen. Wobei, der Wächter träum ich dann. Oh, zum Glück habe ich mich gerade geduckt. Man muss auch mal Glück haben. Okay, ich würde sagen, wir folgen mal den Schien. Irgendwo müssen wir schließlich ankommen, ne? Ist ja alles voller Trolle. Ah, wie wir sie schön jetzt alle one-hitten können. Ich bin so stark geworden. Übrigens haben wir Level-Ups. Und wir können quasi in die Schattenwelt, um diese auch einzulösen. Was auch, glaube ich, recht sinnvoll wäre mittlerweile, ne? Nur machen wir es jetzt. Oh, komm. Waren wir schon lange nicht mehr. Guck dir das da. Hui. Da waren wir schon lange nicht mehr. Da sollten wir hingehen abgespeichert habe ich, weil es gerne ausfällt. So, wo waren wir stehen geblieben? Meine Wache ist wohl wieder weg. Blattschuss. Was war das nochmal? Schleichangriffe, Bögen verursachen, mehr Schaden. Stimmt, ich wollte Messerstoß machen. Blitzpulver. Das ist ja nicht unnötig. Beuteschneider, Taschendiebstahl. Ich glaube, wir mussten wirklich ganz oben wegen irgendwas, ne? Schleichangriffe verursachen 50% mehr Schaden. Außerdem könnt ihr nun ausgerüstete Gegenstände stehen. Ja, da müssten wir hoch. Uh, jetzt setzen wir hier einen Punkt rein. Scheiß drauf. Äh, Taschendiebstahl. Wenn ihr beim Schleichen sprintet, macht ihr eine Vorwärtsrolle. Gescholte Gegenstände können... Oh, das ist doch so gut. Oh, mir geht oder läuft. Ja, das ist voll nicht schlecht. Ähm, ein Schleichangriff hat eine Chance von 50% ein Teil der gegnerischen Ausdauerung zu ausprobieren. Äh, ich hab keine Punkte mehr. Das ist sowieso öde. Äh, schaltet, auch wenn euer Wert niedrig ist, Rhetorikoptionen in Dialogen freien. Das ist nicht schlecht. Naja. Zwei Level noch, dann haben wir's. Ich denke, easy. Ist auch so. Da freue ich mich schon drauf. Noch mehr Damage für uns. Moment, haben wir jetzt nicht... Ne, jetzt haben wir nur das Ausdauerabziehen, ne? Ach. 50% mehr Damage? Stand da 50% oder 50 Damage? Das müssen wir beim nächsten Mal nachgucken. Woher kommt dieses Skelett? Ich weiß es nicht, aber ich nehm es gerne an. So, eine Milliarde Leitern. Eine Erzader, die wir nicht wollen. Weil ich den ganzen Scheiß jetzt nicht mehr mitnehme. Den brauchen wir sowieso nicht. Ich lebe von dem Zeug, was ich klaue. Dann nehmen wir hin, ein Thief. Alter, ich bin ein Thief. Einzelteile brauche ich nicht. Komm, verzieh dich damit. Obwohl, das wiegt eigentlich wenig und ist einigermaßen gut wert. Oh, ich hab vergessen, mich zu ducken. So, Preis, Alter. So, Preis, du hast Gäste. Was liegst du nicht schlafen? Ich bin doch gerade erst gekommen. Ich weiß, ich bin eine anstrengende Natur. Hier ist sonst nichts, ne? Außer die Leiche. Oh, ein Bett. Na, jetzt muss ich aber nicht mehr schlafen. Was hast du so schönes für mich? Einzelteile. Yeah, Baby. Hast du noch irgendwas? Ja, was bist du? Glimmerstaubmescher. Ah, wieder solche Dinger, ja? Glimmerstaubkollegen. Festigt Lebensenergie. Kriegen wir acht Lebensenergie mehr. Ja, komm, ist einiges wert, das Ganze. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo wir diese komischen Zauberstäbe verkaufen können, aber wir haben davon eine Milliarde. Moment, hatten wir nicht einen gefunden, der die kauft? Ich glaube schon, ne? Ja, es waren Ringe. Ach, ich weiß. Halt, unser Questgeber sah aus wie Magierfuzzi. Der will das bestimmt haben. Oder irgendjemand da drin. Ich kann dich sehen. Ach ja, ich liebe es. Wir sind mittlerweile wieder so stark geworden, dass ich alles uman hätte. Fast. Gesellenbuch schleichen nehme ich doch gerne. Hier seine Truhe. Nur ein bisschen Münzen. Klimpergeld. Verdammter Teppich. Stoßzähne. Bärenpelz. Bärenpelz. Einzelteile. Gesundheitstrank. Und ich nie einsetzen werde, weil ich Angst habe, dass ich krank werde. Und bei Geschlechtskrankheiten drauf. Schieben sich das Zeug wahrscheinlich immer in den Arsch. Und ich leide dann drunter. Immer dieser Fetisch. Moment, laufe ich gerade zurück? Oder vorwärts. Spätestens werden wir die erste Leiche sehen. Ein Laufrad. Kann ich da rein? Oh. Hat wahrscheinlich länger niemand mehr benutzt. Da ist nämlich ein Pilz drin. Oh, wir sind einmal rumgelaufen. Wo ist die besagte Beutetruhe, die man am Ende bekommt? Das war im Leben nicht die Beutetruhe. Und der Scheiß war es auch nicht. Der ist wüstig aber. Gib mir stuff, Alter. Wahrscheinlich ist das Gesellenbuch das Ding gewesen, was man hier bekommt. Großartig. Kommen wir ab. Das war mal ein Lied hier. Was ist denn, hier ist noch irgendwas? Außer dieses komische Rad, das irgendwie keinen Sinn ergibt. Ah. Was sich ergibt es denn? Wenn da etwas dran wäre, würde es dann ergeben. Na gut. Ich bin dann mal wieder weg. War schön hier. Gerne wieder. Falls ihr mal wieder lebt. Was ziemlich schnell passieren könnte. Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich fahre mal mein Mikro ein bisschen näher an mich ran. Na, Mädels? Wie geht's euch? Ich bin heute momentan irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin energiegeladen. Wo ist denn nicht mein Energy drinking? Oh, oh. Ähm. Ich hatte hier meine Jackentasche. Und meine Jacke liegt jetzt auf dem Bett. Bitte sagt man, dass ich die rausgenommen habe. Das ist ja scheiße. Egal. Was zum Teufel guffelt da hinten rum? Ach, das ist so ein Venture-Ding ins Kirchens, ne? Meint ihr, ich komme an? Was ist denn Teufel? Oh, okay. Oh, was? Es ist... Keine Ahnung, was mich da sieht. Stimmt. Naja, close. Close. Also es war schon nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo die landen. Ich sehe es kaum. Ich glaube, ich kann ihn nicht treffen. Ich glaube, der ist eindeutig zu weit weg. Der denkt sich so, Warte, fuck, ist hier los? Irgendwas beschießt mich. Hilfe. Hilfe. Und jetzt versucht er, sich zu verstecken. Okay, gehen wir mal runter. Ich habe Wölfe gehört. Das waren vermutlich auch diejenigen, die mich gesehen haben. Ja. Ja, cool. Keine Erfahrung. Warte doch da. Ach, da guckt er gerade nach seinem Kollegen. Der gieß. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, der wird wiederkommen. Ne, er versteckt sich. Die kleine Kackpratze, sich versteckt sich. Eins, zwei, drei, vier, vier, Action. Äh, äh, Action? Äh, äh, Eckstein. Der Zero. Ist gleich tot. Ist das jemand? Nein. Okay, wollen wir mal bei der Guffelnase vorbeischauen, wach? Wo bist du? Gut. Ich sehe dich. Wo ist dein Meister? Bringe mich zu deinem Anführer, oder stimmt. Er ist tot. Okay. Er stimmt. Oh, sieht gut aus. So, wo sind deine Freunde? Du bist im Leben nicht alleine. Im Leben nicht. Oder die anderen sind gerade spazieren gegangen. Und dann kommen sie wieder und dann sehen sie ihren Freund da so tot. Richtig modisch. Als wäre er in der Matrix, Alter. Der Matrix war Tür. Krass. Hätte ich gedacht, dass die Matrix hier existiert. Ne, du hast mich nicht gesehen. Es ist ein Albtraum. Versprochen. Ja, fliege vor deinem Albtraum. Ich bin dein Albtraum, Alter. Wie hast du mich überhaupt gesehen? Er war doch im Leben nicht zu zweit. Wo ist euer Boss? Gibt immer einen Boss. Bei Türen lagern, deck dich. Ah, hallo. Bist du? Ah, du bist der Boss. Du bist tot. Matrix. Oh nein, du bist der Boss. Ich habe verstanden, du bist der Boss. Ich werde gesehen. Matrix. Die Matrix war Türen. Ein Klassiker. So, was habt ihr hier für mich? Ihr streut halt bestimmt... Oh Gott, was war einer. Zum Glück macht Schleichen und Gehen keinen Unterschied mehr. Kann ich eigentlich auch so einen Schleich-Bodus kriegen? Nein. Ich muss dafür... Nette Headshot. Ich muss dafür auf jeden Fall geduckt sein. Ähm... Habt ihr irgendwas für mich? Habe ich euch umsonst getötet? Yay, Fußball! Glaube ich habe sie umsonst getötet. Joa. Oh, nee. Äh, Seelenstein, die ich niemals benutzen werde. Ähm... Alchivie brauche ich nicht. Äh... Verzaubern brauche ich auch nicht. Lebensabsorption. Schwertbeschwören. Segen des Lebens. Alles Kacke brauche ich nicht. Kann ich einsetzen, wenn ich zu viel trage. Und ist das Geld? Hä? Die Matrix, sie hat zugeschlagen. So. Wir tanzen also um unser Ziel herum. Coole Nummer. Jetzt muss ich da erstmal wieder hochkommen. Geilo. Einfach geilo. Ja, erforschen. Erforschen wir ein bisschen die Gegend. Da stand er mir einfach im Weg. Niemand stellt sich mir und meine Aufgaben... Ah, ne, weg! Oh, hi. Okay, das... Ich gebe zu, das kam sehr überraschend. Entschuldigung für den Schrei. Das war aber wirklich sehr überraschend. Oh. Oh, ist auch noch ein Riesenpiech. Nice. Schau, dass du keine Erfahrung bringst. Ignoriert Ausdauer brauche ich nicht wirklich, ne? Oh, nehmen wir das als jemand. Nicht herrliche Truhe. So, was haben wir da gerade erschossen? Kann man jetzt essen. Ist das eine Truhe? He, he, he. Oh ja, eine Gratistruhe. Gratistruhe. Und ein Sack, der leer ist. Cool. Keine Ahnung, warum sie da jetzt unbedingt einen Sack hintun wollten, der leer ist. Vielleicht wollten sie jeweils sagen, hey, du bist ein Sack. Ein Leerer. Frostwind, Rang 2. Einzelteile. Bauen 20 Stück. Nice. Ich habe noch keine Ahnung, was ich damit anfangen möchte, aber... Nice. Gut, da ist die Hütte. Yay. Oh, ich sehe den Pilz. Ja. Ja. Oh yeah, wir können ein bisschen mehr tragen. Was geht, oder? Was geht? Das freut mich. Da ist die Hütte. Ich vermute mal fast, dass wir da hoch müssen. Ich sehe die Truhe. Oh. Oh, da hat sich ein zweiter versteckt in dem Skelett. Nice prank, Jungs, aber... Guck mal da hinten. Bei mir wirkt sowas nicht. Ich sehe es sofort, wenn sich jemand feige versteckt. Ich vermute aber fast, dass diese beiden nicht die einzigen Skelette waren. Hey, ich sehe da hinten eine Krabbe, die mir Erfahrung geben möchte. Wuii. War ja klar. Ha. Getroffen. Das wird ja eine Lehre sein. Zu leben. Ich muss alle bestrafen, die... Die mutig genug sind zu leben. Ich sehe das als Herausforderung, wenn jemand lebt. Sowas muss man töten. Wer sieht mich? Hallo? Ist hier jemand hier? Ich höre dich. Worüber du steckst, du bist tot. Ach, da hinten. Der kommt ja angewurzelt. Hallo? Ach, ihr seid zu zweit. Verlassene Hütte entdeckt. Ist ja auch abzuhauen. Oh, du lebst doch. Was erlaubst du dir? So eine Dreistigkeit. Einfach zu leben. Ich hätte mal kurzzeitig von irgendwas entdeckt. Das Leben des Torgern, Whisperzunge. Teil 3. Spiel, bitte quäle mich doch nicht so oft. Warum tust du mir das an? Ich könnte es ja verstehen, wenn ich ein schlechter Mensch wäre. Wenn ich Leute töte. Okay. Aber trotzdem, das tut mir niemanden an. Nein, nein, nein. Experte, Freunde. Es ist einfach Experte. Es ist fast schlimmer als Adept. Und weniger schlimm als Meister. Aber dennoch schlimm. Dennoch schlimm. So, wir prüfen mal diesen... Oh, wir haben den Winkel gefunden. Hat mich ja nur vier die Triche gekostet. Weh, da sind keine drinnen. Wow. Erhöhte aus der Umzehne. Ich bin begeistert, Alter. Bin begeistert. Oh, Feinstallspur. Ja, ja. Das hat sich voll gelohnt, hierher zu kommen. Die armen Skelette. Ich habe sie... ...nochmal getötet. Das ist voll fies. Das ist Doppelmord. Aber wir haben ja schon kennengelernt, dass Doppelmord jetzt nicht verwerflich ist. So, ja, cool. Also, hat es auch voll gebracht, du. Äh, Schneefels. Schneefels, Kornhof. Schneefels. Ich vermute mal, das ist das Ding da hinten. Gibt so viele interessante Orte. Ich finde ja doch nur hoch. Ah. Ich vermute mal, wir haben den Weg fast gefunden. Wobei, ich kann mich hier doch einfach hochbacken. Das sieht hier easy aus. Sollte abspeichern, bevor ich stecken bleibe. Und jetzt bleibe ich stecken. Sollte ich es gewesen. Sollte abspeichern am besten noch. Sodass man nie rauskommt. Damals bei Skyrim war das ja nicht so schlimm, wenn man stecken geblieben ist. Äh, jedenfalls draußen nicht. Weil da konnte man ja schnell reisen. Hier können wir es nicht. Das heißt, wir wären erstmal für den Arsch. Wir können nicht mal wie in Borderlands sterben. Nein, das geht einfach nicht. Ah, dann kann ich mich heilen. Cool. Ich muss dann mit eigenen Kräften rauskommen. Wobei, ich kann bestimmt hier die Konsole anmachen und TCL eingeben, oder? Ja, das war CL. TCL. Ja, kann ich gut. Also, hätte ich früher drauf kommen sollen, ne? Als wir jetzt der letzte Mal stecken geblieben sind. Ja, hätte ich drauf kommen können. Aber, ja, ja, ja. Echt, ich kann mich hier heilen. Das sah aus wie ein Heilungsbusch. Dreckige Cheater. Dafür müsst ihr sterben. Alle sterben. Alle müssen sterben. Du bist schuld. So, ich hab mein Entschuldigen gefunden. Alles gut. Mir geht's wieder prächtig. Oh Gott, wir haben schon zu viel Zeit. So, Freunde. Ich würde sagen, bevor wir jetzt endlich mal irgendwie da oben ankommen. Ich bin ja mal total falsch. Okay, dann gehen wir zuerst da hin. Äh, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Zu einer neuen Folge, haut rein. Euer Zero. Und tschüss.